Wie connecte ich meine Wallet auf Magic Aden? Dazu geht ihr oben rechts auf Connect Wallet und dann seht ihr schon Get Started. Und wenn ihr das drückt, passiert gar nichts. Denn das ist ein bisschen versteckt, ihr müsst nämlich hier drunter Already Have Your Wallet und dann auf die jeweilige Wallet, die ihr habt. Ich benutze Phantom, falls ihr noch keine Phantom Wallet habt, oben ist ein Video, ganz schnell erklärt. Kann ich euch empfehlen und andersherum würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Hier ist noch ein anderes Magic Aden Video, wo ich erkläre, wie man auf Solana Magic Aden NFTs kauft und verkauft. Danke fürs Zuschauen, hat's rein und see ya!